Und siehe, einer von denen, die mit Jesu waren, reckte er die Hand aus und schlug es an den Priestersknecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, Steckte ein Schild an seinen Ort. Wenn wer das Schwert nimmt, er soll durch Schwertum kommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zur schickten Meer, denn zwölf Legion Engel, die Führer aber die Schriften füllen, es muss also gehen. Wo der Stund sprach Jesus zu den Schamen, ihr seid ausgegangen, als zu einem Gönnen, mit Sperr und mit Stammen mich zu fangen, bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe geliefert im Tempel und er hat mich nicht gegriffen. Aber das ist alles verschiehen, Wasser füllen, die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und Flohen. Lass uns die Schriften, es muss auch gehen, sind alle Jünger und Dürfen. Das ist alles, das ist alles, was auch da sein. Aber das ist ein Schiff. Untertitelung des ZDF, 2020